so guten abend heute geht es wieder ins leben des auftragskillers wir schauen uns jetzt mittlerweile die die seite die dritte mission ist das schon nicht mit gezählt von hitman 2 genau dann schauen wir uns noch mal das briefchen für die neue mission an wenn sie da seid hoffe ihr hattet einen guten start in die woche und könnt jetzt schönen abend mit mir ausklingen lassen die maelstrom die maelstrom und hat cutthroat band of outlaws mit der scurge of the shipping industry in the post recession years but his reign of terror came to an end with the disastrous 2014 hijacking of the super tanker francis king chinese elite forces storms the ship resulting in the deaths of a dozen sailors and most of the maelstrom's crew but khalai slipped away unseen the maelstrom's connection to gray is unknown but we believe it was he who carried out the audacious killing of a providence ceo in shanghai along with two reactivated members of his old pirate game fania shaw a shady figure in mumbai's criminal underworld and darwood rang in the gangs old cashier turned dodgy movie producer shaw rang in and the maelstrom form lucas gray's eastern cell they are a crack strike team and stopping them as a client's most pressing concern unfortunately the elusive maelstrom appears to have vanished into the cd underbelly of mumbai the cradle of his criminal legend and no one knows his whereabouts or what he currently looks like so a bandit queen a showbiz charlatan and one certifiable ghost i shall leave you to prepare wieder drei ziele nur können wir nur zwei von denen bin ziemlich hell ziemlich weiß und dann können wir nichts natürlich beim ersten mal nichts schmuggeln dann dafür wir starten direkt würde ich mal sagen jetzt eigentlich sorry wollte ich nicht jetzt okay Dawood Rangan wird in seiner halbfinisierten Tauern finden, mit seinem neuen Film genanntem Mumbai-Hero. Während Vanya Shah sich selbst in den übergebliebenen Resten eines alten Trainers Deine drei Tarete kümmern diesen Labyrinth-Lieb-Groß und der neue beste Freund von Matthias. Wie geht's euch denn? Hattet ihr denn zusammen einen schönen Tag, oder habt ihr den Trend voneinander verbracht? Ja, Hitman geht. Also, von vorhin, ich war einkaufen, hab was gegessen. Wie lief dein Sport? Wir machen alles zusammen. Ne Homo. Habt ihr auch zusammen Sport gemacht, ja? Wer ist der Stärkere von euch? Geht jetzt einmal hier wahllos umher. Obwohl, ich könnte ja eine Mission-Story starten. Obwohl, wissen wir auch noch nicht. Ne, ich lauf erstmal umher. Okay. Die wollen mich schon nicht, sehe ich. Beide gleich. Ach. Man könnte fast meinen, ihr seid eine Person, ja? Hast jetzt aber, du hast nicht bis jetzt Sport gemacht, oder? Oder ihr meine ich. Ich hab nicht bis jetzt Sport gemacht. Hm. Hm. Und dann? Und dann? Die ersten elf? Ja, dann sind ja nicht mehr viele übrig. Wie? Und? Dauerts lange? Ja, das wird ewig dauern. Das kann ich mir vorstellen. Hättest du mal ein elektrisches gekauft? Aber nein. Ja, doch. Was bestellt sein. Man hat's ja, ne? Was? Was? Oh, meinst du? Hm. 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 Es ist da um 17 Meter in Richtung. Ja, wir fallen in die falsche Richtung, glaube ich. Und du willst dir jetzt einfach wirklich ein Ballon-Zimmer machen, ja? Das ist dein... Du willst dich da mal auch reinwerfen lassen und so? Okay, ich hätte nicht hochlaufen sollen. Ich komme mir nicht runter. Gibt es einen Trick besser und schneller? Einen Knoten darin zu... Oh, ich muss zugeben, Luftballons, den Knoten am Ende habe ich nie wirklich hinbekommen. Das ist immer ein Problem für mich gewesen. Aber auch das Aufpusten ist auch nicht meine Stärke. Also da ist eine Handpumpe für mich auf jeden Fall besser. Oder halt... Ich kenne alle sonst in den Slums. Einzige weiße Mann ist natürlich der Verdächtige. Ja, weil die Luft geht ja auch wieder raus aus dem Luftballon, oder? Nein, so ein Luftballon reicht doch nur ein paar Tage. Ich würde gerne wissen, wie er sich eigentlich verkleiden will, weil er fällt doch auf als weißer in der falschen... in seiner Uniform auf einmal. Also musst du täglich eigentlich so viele, wie du an einem Tag machst, dann auch wieder jeden Tag ersetzen, ne? Sonst nimmt er die Ballon-Dichte in deinem Zimmer ab. Ich habe dir ein besonderes Preis, Mann. Aber ich kann meine Oren geben. Ich habe Kinder zu feed. Ich habe Kinder zu feed. Ich habe die Kinder zu feed. Ich habe die Kinder zu feed. Also ich erinnere mich nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Ballon hatte. Das ist auch nicht so einfach für mich. Aber ich glaube, die Luft ging ja schon eine Woche, höchstens eine Woche, würde ich sagen. Oh, das ist gerade so schlau von mir, aber nein. 13. Oh, hier kann ich mich verstecken. 7 hast du noch, also 20 heute. Ich muss also jeden Tag mindestens 20 Luftballons. Wohnst du alleine eigentlich oder hast du... Oh, fuck. Ja, okay, ich lade noch, ich lade noch. Das hätte mich interessiert, wie deine Mitwohner reagieren, wenn du einmal 1000 Ballons verteilst. Ah ja, du hast ja einen Mitgewohner, also hier, dein Lieblingsfreund, der auch im Chat vorhin war. Mit dem kann man aber gut zusammen wohnen, gehe ich von aus. Großen Haus mit Mutter... Ach, okay, abgetränkten Bereich. Aber deine Mutter wundert sich nicht oder weiß noch nichts, dass du jetzt, dass du 1000 Luftballons hast. Und da erwischt, als ich hier rauskam, da warte ich jetzt ein bisschen länger hier drin einfach. Also musst du dich mit einspannen, damit es schneller geht mit den Luftballons. Das ist auch schon Teil des Plans. Da kannst du dann sagen, ja, ich habe zwar nicht Frühstück vorbereitet, aber dafür 1000 Luftballons. Ah, okay. Also wenn sie dann wiederkommt, rollt sie sich, meinst du? Ey, wo waren die Wache, die mich nicht speichern? Na, hast du sowas schon öfter gemacht, oder ist es jetzt das erste Mal, dass du das... Und... ...Paghetti-Soße? Okay, nehmen wir mal mit. The powder's in his room, and all we do is grab it and toss it in one of the furnaces in the middle version. Robert, this is the third time you're asking me this question. What's wrong with you? Nothing's wrong with me, okay? I just want to make sure I don't mess up when the boss asks me to do something. Relax. Yes, grab the powder. It's got some more gold up. Whatever you have to do with that, if you don't concern. Okay, go ahead. Manifesto. Okay, go ahead. What's happening after this? No, 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 no. Mit Ballons noch nicht, aber was, was immer alles voller, ähm, so das, ähm, Plastikbecher und in jedem Plastikbecher Wasser reingetan und das dann verteilt, sodass man erstmal alle wegschütten muss. Mein Kopf ist irgendwas kaputt, ich kann, tja, ist doch, so wird's doch nie langweilig, ist doch auch ein Talent. Kann ich zwei auf einmal eigentlich, ah ne, wo tue ich denn die gleiche hin, hä? Immer ein Klaus. Einmal. Einmal. Hm, was machen wir denn? Hm. Ah, was war denn die letzte Aktion, die du gemacht hast? Alles einfach mal Liter Tierblut verteilt oder so? Ach, und gibt's, gibt's einen Trick? Ich versuch das jetzt mal. Geht! Und, der Trick funktioniert, hilft er dir? Ja. Äh, noch nicht so. Wie gesagt, wenn du das nicht zu früh alle machen, ne, dass sie nicht, dass sie Luft verlieren, ähm, wenn deine Mutter nach Hause kommt, ne? Muss ja alles noch. Ich glaub, das hatte bei uns in der Schule beim Abi-Ball auch irgendjemand, also haben die, äh, nicht Abi-Ball, äh, Abi-Streich, dass der Eingang voller Luftballons ist, dass man nicht durchkam. Ah, Schlüssel. Ist der Schlüssel für diese Tür hier? Äh, schön, eingerichtet hier. Auch ne Kiste. So, hier noch irgendwas zum, sieht nicht so doll aus hier. Ich könnte auf jeden Fall, wenn's schon richtig voll ist, Samstag, oder mal Abend den Stream anmachen, dann kannst du, ja, da, äh, ja doch, ich bin auch, glaub ich, Samstag zuhause, also ich kann dann reinschauen, da bin ich gespannt. Jedenfalls könntest du auf Insta auch ein Bild dann, ähm, posten. Würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall. Machst du dann auch so ein, so ein Reaction, äh, Video, wie deine Mutter reagiert? Oh, hi, da ist ja jemand. Ich denke, ja, ach, ja, das ist doch gut. Das ist die erste Mal, dass so etwas wie das zu mir passiert hat, das ist die honeste Sache. Eine Fotografie und eine Notadresse für Sagar, die Barber. Das sieht aus wie eine sehr recentere Bildung des Maelstroms. Mit das in Hand. Wie sieht denn da aus? Achso, hat uns nicht angezeigt, okay. Achso, gehen wir ja mal wieder raus. Wäre das mit Ballons denn irgendwie, äh, neuer Maßstab oder ist es, hast du schon mal was krasseres gemacht? Oh, ja, hi. Will ich aufstehen für mich, ne? Und ja, Größe glaube ich noch nicht. Und kleineres auch, ne? So, 20. Brauche ich eine Preffstange noch. Also, wenn man 20, das sind ja, ja. Ich meine, das ist 1000, ne? Also, das ist... 2%. Wie, was willst du nicht hören? Das ist ein prozentualer Rechnung. Ja, aber... Mit dem jetzt los? Meine 20 von 1000. Ich hab... Ich bin nicht der Boss von Mathe oder der Erfinder, ne? Also... Ja, Mathe-Erfinder. Ja, der war auch ein... Interessantes. Und wir haben was da... Eher Int şimdi. Ich bin nicht erkannt. Ich bin nicht erkannt. Ich bin nicht Cube. Ich bin gleichmal. Ja, Entschuldigung. Ich bin einfach mit der Errollung. Die Boss haben uns zu evangüni, und nach den Ráticasen gesessen. Das ist die Arbeit. Das ist das, was wir machen. Also, du hast gesprochen? Nein, der Boss spricht. Er hat eine Nachricht. Machen wir das mal. Also, armthugs, belonging to the street gang known as the Crows, have evacuated a hill in the slums of Mumbai. This could be worth investigating. Machen wir. Aber ist dann jetzt Schluss für heute? 20 oder machst du nochmal ein Prozent? Doch, das Haus hier, oder wo ich auch bin? Hm. Warp Battle? Achso. Kein Bock mehr. Machst du jetzt schon Feierabend, Beine hoch, oder? Wirklich, müssen wir mal auf die Luft raus. Kannst du das ja irgendwie... Hast du noch ein Gürtel oder so übrig? Dann kannst du ein Gürtel rumwickeln, oder ein Maßband, ne Maßband, ganz einfach. So ein Schneidermaßband und dann kannst du den Umfang ja messen. Oder sitzt du jetzt davor und schaust ganz nett den Luftballon in deiner Hand an? Noch mehr Gift? Hm. Noch mehr Gift? Oh, du-do. Oh, du-do. Oh, du-do. Oh, du-do. Oh, du-do. Na, du-do. Oh, ich hab ihn noch nicht geschaut. Aber, ich glaubte, dass er hier herauskirte ein. Aber es wäre so wichtig, dass die anderen ging. Ja, das wäre natürlich. Das würde auch möglich sein. Sonst kommt jemand nach den Städten, die in die gesetzten Bereich zu führen. Sieht aus wie ein Mann. Schau, ob du ihn nahe kannst. Schau. Hey da! Hi! Auch hier, hm? Ganzhaft. Mhm. 47? Dieser Mann dort. Er erinnert sich als Maelstrom. Versuch, um zu Hause zu kommen. 47. Das ist der Maelstrom. Danke. Du hast ihn gefunden. Ja. Sind Sie bereit? Was habe ich gemacht? Nichts bestimmt. Ja dann sonst, was immer du schaust. Viel Spaß. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Oh, danke. Neha. Ich bin auf jeden Fall aufs Foto gespannt. Sonst kannst du dir How to Sell Trucks anschauen. Fand ich ganz gut. Also ganz amüsant. So. Hätte ich irgendwo Essen vergiften sollen? Ich bin froh, dass du das Haus hast. Ich bin froh, dass du das Haus hast. Du hast. Du hast es gut gebaut. Du hast es gut gebaut. Ich war sicher, dass du tot bist. Bis ich hörte über dieses ganze Maelstrom-Business. Dann hab ich da jetzt mal gespeichert. Wir sind her, ne? Kadu. Auch um dich zu schützen. Leilo. Veränder meinen Namen, meine Identität, alles über mich. Ich bin mir selbst. Bevor ich es wusste, habe ich Männer und Frauen gesammelt rund um mich. Wir haben die Seine für Jahre gesammelt. Ich habe gesehen unspeakable Dinge, Neha. Was? Denkst du, dass die Dinge hier leicht waren? Sollen wir es trinken? Neue Beginnungen. Eine Schraubung des Vergangenes und eine Chance, wieder zu beginnen? Es ist ein schöner Traum, ich glaube. Baut ihr mal beide in den Kopf. Nur um zu sehen, ob es geht. Okay. Okay. Okay, hätte also funktioniert. Ich mach jetzt nur für die Achievements. Was? Die Infamous Maelstrom ist tot. Sehr gut. Ich lad gleich neu. Keine Rest für die Achievements. Auf der nächste. Ich lad gleich neu. So jetzt. Das war's für heute. die impfung ist mails waren sie gleich schon noch nicht aus aber als auch nicht das ziel jetzt schauen wir mal ob wir in die leiter untertreten treten können sonst dadurch neue und wir müssen das mit dem weinen versuchen es nah a storm is brewing it will hit us all soon it will change everything in Mumbai as in the world said no more the infamous maelstrom das passiert also mit der axt das a storm is brewing it will hit us all so Ein bisschen runterschapsen? Please, I'm married for 20 years while you were away. You haven't changed at all. You can't let go. All the violence, the killing, the old ways. They are who you truly are. Wazir Kale is gone and only the maelstrom is there now. It's not like that. Leave me. I need time. I can't do this. I see. Perhaps you are right. I hope not. I will call upon you again once all of this has died down. Alright everyone, you can go back to the hideout. We're done here. The infamous maelstrom is dead. Very well done, Winter 7. No rest for the wicked, however. On to the next one. Okay. Machen wir jetzt das mit dem vergifteten Wein und dann schauen wir mal, was dann passiert. So, und zwar saß er in dem... Ah, we're going. We're going to know how shady you look right now. Stop joking me around. You're not getting it, that's enough. Hmm, a letter signed Wazir. This house belonged to the maelstrom 47. This confirms a connection between him and the woman living here now. Ok, 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 ok Ah, nicht Was macht die denn da? Isst sie irgendwas? Ach, rauchen, ok Jetzt aber, ja Oh dum dum Und eine gute Nacht zu dir Gute Nacht zu dir, auch 47? Niemand kommt aus den Städten, führt zu der Sicherung Ich mache hier nochmal Oh nein Du bist in der Nähe Es sieht aus wie ein Mann Schau dir, ob du ihn kannst Ja, das wäre 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ja die nächste Toilette überhaupt. Das war's für heute. 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 Okay. Ich fahr jetzt einfach. Das war's für heute. Ich fahr jetzt. 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 Ich fahr jetzt.